Schaut doch alles gut aus. Hoffentlich ist die Haut noch knusprig, ne? Wie sind die Hauptgänge gelungen? Das Auge ist zwar mit, aber gutes Aussehen alleine macht die Mitstreiter nicht glücklich. Also mit einem Trüffel wurde nicht gegeizt. Das sieht echt toll aus. Wir haben ja jetzt bei der Hauptspeise wieder Trüffel. Nudeln mit Ravioli mit Pilz und Sahne und Trüffel. Man merkt sofort, dass diese Raviolis hausgemacht sind. Sie haben einen kleinen Biss und die Füllung, die ist wirklich ganz wunderbar getroffen. Und dann merkt man noch, über der Sahnesoße ist da noch so ein Klecks Olivenöl. Von seinem Olivenöl. Bei Bobs Fisch zählt der Gargrad. Der Peters Fisch wird schnell trocken und strohig. Abgeschmeckt, sehr gut. Gar kein Problem. Garpunkt bei mir, kein glasiger Fisch mehr. Fisch ist durchgezogen. Schade. Die Haut, sie ist leicht labbrig geworden. Auf jeden Fall hat ein bisschen Feuchtigkeit gezogen. Das lag wahrscheinlich an dem Holdomaten. Zweite Mal. Schade. Labbrig. Hm. Was haben wir sonst? Frisches Gemüse, leicht angeschwitzt, schön natürlich noch mit dem Krok. So kennt man es aus Italien. Das ist für mich Italien. Die Soße, ein Traum. Die Oma Biss, wir haben uns das angeguckt, auf höchstem Niveau gemacht. Sehr schön, weil nur der Garpunkt, der hätte ein bisschen schöner sein können. Abgeschmeckt, ist wunderbar. Wenn du da mal so einen tollen Fisch hast und der ist einfach drüber. Und Ernesto was? Ich denke, dass sie alle zufrieden sind und dass alle gar gerade geglückt sind. Also es war Fisch und Fleisch, also es kann gar nicht so viel. Und? Wie sieht es aus? Also Geschmack super, super, super. Mir ist es ein bisschen zu mästig. Also so. Ja. Jetzt guck, die kommt fast nicht mehr vom Löffel. So dick ist die. Der Problem kommt dadurch, wenn wir das jetzt in der Pfanne machen. Ja. Und es dauert ein bisschen. Dann hat die Nudel, weil sie frisch ist, die hat gut Zeit, um die Stärke rauszugeben. Und automatisch für die Soße steigert. Ja, das stimmt schon. Und grundsätzlich Sahne. So, und jetzt geben wir mal die Vorspeise auch nochmal gedanklich retour. Das sind ja zwei Vorspeisen, die jetzt schon ordentliche Wuchtbrummen sind. Würde ich mir so in der Kombination auch nicht bestellen. Und für die anderen alles gut. Ernesto? Ja. Unfortunately. Garpunkt ist leider nicht getroffen. Tja. Also bei den Garsstufen hat er kein Glück, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Das tut mir leid jetzt. Wirklich. Bei mir war es ja perfekt. Vom Gemüse her finde ich, es ist einfach vom Gewürz her, es ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Wirklich zu fad. Die Aubergine, die Schale, die ist halt sehr hart. Das fühlt sich so an, als wenn das, ich weiß nicht. Ja, das ist, das wird aber so gemacht. Das ist eben, die Haut, die ist eben so von der Aubergine. Ich bin einer anderen Meinung wie Ernesto. Ähm, ich hätte es leicht anflugiert und dann angebraten. Und dann hättest du außen auch keine harte Schale gehabt. Ich glaube, jetzt hat er sich ein bisschen verzockt, weil es ist dasselbe Gericht, was ich hatte. Und ich hatte doch nur Artischocke. Ich hatte doch gar keine Aubergine, ne? Und ich sehe noch kleine Zucchini da oder so. Da hat er es einfach zu gut gemeint und dann kann sowas dann passieren, ne? Wenn ich mich recht erinnere, stand auf der Karte mit Trüffel. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es wirklich im Stress hinzuuntergegangen. Okay. Das ist natürlich doof. Garpunkt nicht gepasst. Aubergine, Haut, Trüffel vergessen. Hey, der Witzker. Oh, weil ich vergessen habe. Okay, das ist, dass du mich verzeichnest. Na natürlich hat er sich unheimlich geärgert über den Trüffel. Das ist auch wirklich ein dummer Fehler. Ich meine, ein dummer, eine Flüchtigkeit, die aber natürlich riesig ist. Das ist so der Moment, ne? Vor allem, weil wir die Trüffeln hatten. Und es hat überall nach Trüffeln gerochen. Dem Chef stinkt's. Das war richtig kacke. Das muss ich sagen. In dem Gedanken für das Fleisch wirklich schön rosa-rot rauszugeben und dann das Wichtigste vergessen. Das ist tödlich. Ja, das kann wirklich so richtig nach hinten losgehen in der Blutzeile. Mitstreiter Miki prüft Ernestos süße Qualitäten. Ernesto! Oh, Miki! Komm, komm, komm! Komm! Was machst du denn so lange? Wir warten die ganze Zeit auf dich. Ich wollte gerade so Bier machen. Das ist unser Dessert. Ja. Schack mal, wie das geht. Also das sind die Himbeeren, da hast du natürlich Frische genommen, oder? Also es ist so, Himbeeren, Erdbeeren und alle die Früchte, die wir bekommen, wir bekommen die Früchte alle im Sommer. Und wir kaufen die in eine ganz, ganz große Quantität ein. Und die Himbeeren hab ich gekocht, püriert, passiert. Und wir frieren die ein in ein Kilo Behälter. Das wär's ja super. Du hast also das ganze Jahr Frischprodukte und hast die aus dem Sommer mit in die kalte Jahreszeit genommen. Kannst immer noch sagen, nee, nee, das hab ich aber selber. Ich hab die püriert, ich hab die Süße gemacht, eingefroren. Das finde ich schon sehr nachhaltig. Und hier hab ich eine Glucose, die ich auch selbst mache. Die Glucose ist aufgekarrt auf 50%. Das heißt, auf einem Liter Wasser wurden ein Kilo Zucker mitgefügt. Das bindet jetzt der ganze Sorbet. Und das macht ihn süß. Micky ist zwar kein Koch, aber Süßes erkennt er. Und ist sauer, ne? Null, das ist total lecker. Ja? Pass mal auf, kennst du das hier? Nein, das ist das so. Das nennt man einen Refraktometer. Ui. Und damit kann man den Zucker messen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieses Gerät gesehen habe. Anhand der Lichtbrechung ermittelt das Gerät den Zuckergehalt im Wasser. Verrückt. Und es steht Brix, 20 Grad. Ja, 20 Grad Brix, ganz genau. Wir brauchen ungefähr zwischen 25 und 26 Grad Brix brauchen wir. Ungesüßte Himbeeren haben von Natur aus rund 10 Grad Brix. Jetzt guck, wie viel wir haben. Jetzt haben wir 25. Ganz genau. Beim Sorbet brauchst du mindestens so viel Prozent Zucker, nicht zu viel. Also wenn es zu viel ist, verflüssigt er sich wieder. Ist es zu wenig, dann kommen so Klumpen im Sorbet. Also man muss schon sehr präzise sein, weil ich gehe davon aus, du hast so viel Erfahrung. Wahrscheinlich kannst du rein mit deinem Gaumen das erschmecken, aber das ist auch nur mal sicher zu gehen. Ich benutze das jetzt sehr selten, aber ich wollte dir zeigen, dass ich auch rein habe. Cool. Am coolsten ist halt, dass er Sorbet und alles selber macht. Das ist eigentlich die Kernbrotschaft. So, jetzt nehmen wir die ganze Masse, das was wir vorbereitet haben und schütten das jetzt schön langsam hier rein. Guck. Das war ein richtiges Männerspielzeug, diese riesige Sorbet-Maschine. Ultra einfach zu bedienen. Oben gießt du einfach das Püree rein und nach 10 Minuten kommt das Sorbet raus. Und dann freust du dich auf dein Dessert natürlich. Oh ja. Danke, Anis. Micky, danke, bis gleich. Gut. Danke. Mach's gut. Finaltag in Luxemburg. In der Taverne beim Baron sollen die Desserts den Punktestand auf Wochensieg trimmen. Oh. Ah, die Luxemburger. Oh. Ich dachte, wie wundervoll. Oh nein. Das muss jetzt noch da irgendwo rein. Ich dachte, wo stecke ich mir das jetzt noch hin? Ach, das rutscht so durch. Das rutscht durch. Bob hat jetzt hoffentlich noch Platz für den Käsekuchen mit Vanillee-Eis. Tanja und Micky müssen jetzt noch das Himbeer-Macaron mit Mascarpone und Himbeer-Sorbet verdrücken. David und Nikos Käseüberraschung ist der Gorgonzola mit Honigtrüffel. Er haut nochmal einen raus jetzt, oder? Das vom Hauptgang, das hat den motiviert, um nochmal richtig Gas zu geben, oder? So, dann wollen wir mal nicht. Kalt können die Desserts zwar nicht werden, aber vor allem die Teigwaren sollte man frisch probieren. Und einmal reinschneiden. Das will ich sehen, das will ich sehen. Das will ich auch so. Wow. Macarons sind schwierig. Ein Gebäck für Profis. Von der Konsistenz her war das Macaron perfekt. Man sieht, das ist Handarbeit. Das Macaron ist hausgemacht. Das schmeckt man, das sieht man. Schon allein habe ich nie vorher so große Macarons gesehen. Ich finde die Creme innen drin sehr schön, weil sie nicht so süß ist. Genau. Das Sorbet ist ganz große Klasse. Das habe ich auch gesehen, wie er es zubereitet hat. Das ist wirklich super lecker. Das war schön cremig, das war frisch. Das war vom Geschmack wunderbar. Und die Schokoladensauce nebendran, die ist fantastisch. Das war so lecker. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Bobs Kuchen ist von Anni, Ernestos Frau. Ernesto meinte ja, das wäre der beste Käsekuchen der Welt. Oder so in etwa. Jetzt bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Das ist ein auf jeden Fall 100% klassischer Cheesecake. Man kennt heutzutage die Variation von dem New York Cheesecake. Das hier ist so, wie wir ihn in Luxemburg kennen vom Frühjahr. Einfacher Quarkkuchen, Käsekuchen. Der Käsekuchen, gemacht von Ernestos Frau. Ich weiß nicht, ob es ein Familienrezept ist oder ein Ernesto-Rezept. Aber auf jeden Fall ein gelungenes Rezept. Ich meine, wer Käsekuchen frisch macht, erst mal Respekt, großer Aufwand. Die Konsistenz vom Käsekuchen, da sieht man halt schön diese Schmantigkeit. Das ist cremig in der Mitte, das ist leicht beim Anheben. Auch vom Gargrat hat man auch beim Käsekuchen. Sehr schön, nicht zu lange drin gewesen, nicht zu trocken. Trotzdem eine gute Kruste, hat Farbe gekriegt. Für mich die Masse der Käsekuchen perfekt. Auf jeden Fall wird ein Käsekuchen trotzdem leider besser, wenn er ein paar Tage steht. Der Biskuit wird wieder ein bisschen feucht. Die Feuchtigkeit zieht durch. Er ist einfach runder. Also ich finde, dass der Bob wirklich ganz toll das erklärt. Und man merkt, was für ein Wissen der junge Mann hat. Das Vanilleei ist ganz klar beim Ernesto Haus gemacht. Schmeckt man sofort frische Vanille. Den kleinen Schokoladenchip drauf mit ein paar Rosenblättern. Ein bisschen Verzierung. Das Obst perfekt und geschmacklich auf jeden Fall in Ordnung. Soviel zum süßen Käse. Und bei euch, ihr beiden? Ich meine, ich sehe einen, der ist schon fast leer. Wie ist denn der Käse? Sag mal was. Wir wussten ja gar nicht, was wir hatten. Stimmt. Das war Käse a la Ernesto. Und ich finde Ernesto's Käse echt gut. Wir hatten einen Gorgonzola Käse hochqualitativ und dann kam der warme Honig auf den Gorgonzola drauf. Und die Temperatur ist einfach perfekt dafür. Das ist wirklich, das macht es noch cremiger. Und wenn ihr das seht, es ist einfach toll. Es ist ein toller Käse. Was mir halt nicht so gefallen hat, was dir aber gefallen hat, ist, da war der wirklich der Trüffel too much. Weil ich habe einen ganz tollen Käse und der Trüffel überdeckt den Geschmack so ein bisschen. Deswegen habe ich das bewusst den Trüffel ein bisschen weggelassen. Irgendwie den Trüffel, das brauchen wir gar nicht zu reden, das ist ein tolles Produkt hier. Aber so beides zusammen war jetzt für mich nicht so, weil beide so eigene Geschmäcker haben. Und die haben sich gegenseitig die Show gestohlen. Das, was der Ernesto beim Hauptgang vergessen hat, hat er den Jungs jetzt nochmal beim Käse drüber gegeben. Mit seiner Taverne will Ernesto heute der große Gastrobaron von Luxemburg werden. Damit die Rechnung aufgeht, müssen auch die Preise stimmen. Hier ist die Rechnung. Ich lege sie in die Mitte. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen, gut geschmeckt. Die Ravioli habe ich da nicht gerechnet. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil das war nur ein bisschen schwerer, aber die waren ja im Geschmack absolut kein Problem. Und dein Reh auch, habe ich gedacht, ich nehme eine runter von der Rechnung, weil das war schon mit dem Trüffel, das hat mir richtig leid getan. Das ganze Gericht von der Karte hätte ich nicht gemacht. In dem Fall, er hatte seinen Fehler gut gemacht, hat seinen Fehler erkannt und der Fehler war quasi nicht mehr da. Aber zwei Gerichte direkt runternehmen, finde ich schon ganz schön viel. Ist der Abend jetzt ein Schnäppchen nach all den Preisnachlässen des Gastgebers? Gesamtbetrag ist 419,50. Wir haben für 240 Essen und für 180 Trinken. Naja, fehlen jetzt zwei Gerichte. Einmal die Pasta und einmal das Reh. Naja, gut, schöne Geste, keine Frage, als Gast freut man sich. Das ist ganz klar. Das ist vollkommen okay. Auf jeden Fall okay. Für die Qualität von Materia Premier, von Grundmaterial und allem. Das ist kein gewöhnlicher Italiener. Nein, das ist schon was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Es hat sich wirklich angefühlt, so wie ein italienischer Abend bei einer italienischen Familie. Das ist kein Restaurant Bayernes. Das ist ein Gesamtkunstwerk. Die Kreidezeichnungen der Mitstreiter zeigen die Wertung mit bis zu 10 Punkten. Wie viele gibst du, Bob? Ich gebe dem Ernesto und seinem Baron 8 Punkte. 9 Punkte. 8 Punkte. Die Taverne beim Baron holt 25 Punkte und liegt damit aktuell auf dem 2. Platz hinter Bobs Restaurant Mattis. Mike's Wertung könnte das Mitstreiterfeld komplett aufmischen. Wie bewertet unser Profi das Brauhaus mit Nico und David? Also, in der Küche, lieber David, alles fein und ein bisschen keck, ein bisschen frech. Alles in Ordnung. Nico, du bist in der Woche ab und zu ein bisschen hart rübergekommen. Ich weiß aber, dass du es nicht so gemeint hast. Aber man muss ein bisschen aufpassen, wie man da verbal rüberkommt. Kleiner Tipp. Die Klineln waren gut. Mama kann die auch. Deswegen gehe ich nicht unbedingt in ein Restaurant, aber trotzdem habe ich es gefeiert. Aber verzeiht es mir, das ist jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei. Da erwarte ich mir mehr. 7 Punkte. Danach war das Mattis dran, in dem Bob hochkompetent die Familientradition weiterführt. Deine Wertung, Mike? Ich sage mal vorab eines. Schön, dass du den elterlichen Betrieb übernommen hast. Also, das ist richtig groß. Dein Fachwissen in der Woche. Genial, ja? Ey, Alter, kauf dir mal richtig geile, coole Anzüge. Dann ziehst du noch ein paar coole Turnschuhe an und nimm die Krawatte ab. Casual Dining. Erzählst deinem Daddy, dass kein Ärger kommt, okay? Und ihr kriegt jetzt mal verbal die Punkte und dann schreibe ich erst 10 Punkte. Weil das Ding war Hammer. Katschi heißt der Beef Club von Tanja und Micky. Warst du hier an Tag 3 im Fleischparadies? In der Woche? Ihr habt kein einziges Mal irgendjemand nur ansatzweise angebatzt. Und Micky, wie du dich gefreut hast über das gute Essen. Klasse. Schade, beim Gastgebertag ist ein bisschen was schiefgegangen. Aber mein Essen war top. Auf den Punkt gegart. Mega Soße, Beilagen, alles klasse. Schön präsentiert. Ich hatte Spaß. Und von mir bekommt ihr 10 Punkte. Auch, weil ihr super fair wart die Woche. War auch Ernestos Taverne beim Baron heute ein italienischer Schlager? Wie bewertest du ihn, Mike? Ich freue mich ganz ausgesprochen, dass wir uns kennengelernt haben. Du hast mich begeistert in der Woche. Und du bist wirklich einer, der mit Leidenschaft aus jeder Pore alles, was Gastronomie beinhaltet, lebt. Danke dafür. Mein Essen war toll. Es war auf den Punkt. Ein Gastgebertag nach mir ging ein bisschen was in die Hose. Das muss ich ein bisschen mit einstricken. Aber trotzdem, Alter, mega. 9 Punkte. Mein Lokal, dein Lokal in Luxemburg. Wo schmeckt es am besten? Es ist mit 38 von möglichen 40 Punkten das Mattisch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, der flippt völlig aus. 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 Oh, der flippt völlig aus.